Peter Maffay, Trennung bei Sohn Yaris? Er spricht vom Verlassenwerden.Was ist denn da los? Peter Maffays Sohn Yaris teilt kryptische Zeilen auf Instagram. Ist die Trennung von seiner Freundin nun bestätigt? Peter Maffay, Sohn Yaris postet kryptische Zeilen auf Instagram. Herzschmerz, Vermissen, Verlassenwerden, Begriffe, die die Sorgenfalze der Fans von Yaris Maffay, 20, tiefer werden lassen. Kürzlich postete der Sohn von Peter Maffay, 74, ein Video auf Instagram mit jenen nachdenklichen Worten. In seinem Re filmt er einen Sonnenuntergang und hinterlegt die Videosequenz mit Klaviermusik. Zusätzlich spricht Yaris über ein bedrückendes Thema. Natürlich kennst du es auch, verlassen zu werden und allein zu sein. Punkt weiterhin fragt er sich, aber ist es das wirklich wert, alles stehen und liegen zu lassen und einfach gar nichts mehr zu fühlen? Nein, da ist sich Peter Maffays Sohn sicher, ich glaube, die Welt ist viel zu schön dafür. In die Unterschrift des Social Media Beitrages setzt er dann noch Hashtags wie Herzschmerz und Vermissen. Eine ganz schön traurige Gefühlswelt, die Yaris da offenlegt. Doch warum das Ganze? Ist er gerade selber am Tiefpunkt? Ist dies nun die offizielle Bestätigung seiner Trennung von Freundin Melissa? Nicht nur seine Worte, sondern noch weitere Details könnte darauf hindeuten. Yaris Maffay, macht er damit die Trennung von Freundin Melissa offiziell? Im Juni 2022 war Yaris Maffay voller Glücksgefühle, erteilte auf seinem Instagram-Account eine Aufnahme mit einer Frau. Dabei handelte es sich um seine Freundin Melissa, die für ihn die richtige sei. Im Laufe des Jahres kam noch ein weiterer Pärchen-Schnapschuss hinzu. Peter Maffays Sohn schien im siebten Himmel zu schwäben. Das Liebesglück könnte aber bereits sein, jähes Ende gefunden zu haben, denn diese süßen Pärchenbilder existieren in seinem Feed nicht mehr. Die Bild will bereits erfahren haben, dass die beiden getrennte Wege gehen, bestätigt wurde diese Information von dem Musiker aber nie. Tut Yaris dies nun nachträglich mit seinem kürzlich gepostetes Herzschmerz-Reel? Darüber lässt sich nur spekulieren. Meine Freundin hat mich verlassen. In anderen Videos macht Yaris immer wieder Werbung für seinen Song fühlen, den er schon mehrfach mit seinem berühmten Vater auf der Bühne performt hat. In einem aktuellen Werbevideo für das Lied spielt er einen Barkeeper und einen betrunkenen Gast. Der eine fragt den anderen, warum trinkst du eigentlich so viel? Darauf entgegnet dieser, meine Freundin hat mich verlassen. Ich habe Angst, wieder was zu fühlen. . Instagram-Foto mit Melissa gelöscht. Wie viele MusikerInnen dürfte auch Yaris Maffay in dem Song seine Gefühle und Lebenserfahrungen verarbeitet haben. Im Juni 2022 teilte Peter Maffays Sohn einen Schnappschuss mit einer Frau in seinem Instagram-Feed, die Melissa heißt und über die er geschrieben hatte, dass sie die richtige sei. Im November 2022 folgte ein weiteres Foto in seiner Instagram-Story von einer enigen Umarmung. .